Safar Shanajak, ein Auszug aus dem Manuskript Nestmaterial. Menschen finden zu sich selbst, wenn sie sich unbegründeten Taten hingeben. Das hat nichts mit Orientierung zu tun, viel aber mit dichterischer Arbeit. Ich begann zu schreiben, meine unbegründete Tat. Im Hintergrund lauerte eine Geschichte. Was war geschehen? Wie wird das Geschehene erinnert? Wie erzählt? Der Erzähler muss mehr können als die Erinnerung und sie dennoch respektieren. Das Gedächtnis ist Analphabet. Es liest aus der Hand, aus den Augen, aus der Stirn ab, nicht vom Blatt. Der Schreiber hat nur einen Bruchteil an Text zur Verfügung. Nicht die Biografie erzählt ihn, sondern die variantenreiche, nicht selten widersprüchliche Erinnerung. Jede Geschichte greift auf ein größeres Gedächtnis zurück, als ihr Erzähler es je besitzen kann. Nicht jede Geschichte ist lesbar. Mal liegt es an der Sprache, die fremd geworden ist. Ein andermal an der Schrift, die unlesbar oder auch nur unleserlich zu sein scheint. Die fremde Sprache, Deutsch, die unlesbare Schrift, die arabische, haben mich schon als Kind umzingelt. Irgendwann tauchen aus der deutschen Sprache Kafkas Schriften auf, seine Erzählungen und Tagebuchaufzeichnungen. Hier sind lauter aus der deutschen Sprache, die meine Ohren auf unerhörte Weise ausfüllen. Aber diese Sprache ist nicht nur zu hören, sie ist auch zu greifen. Sie hat sich aufgepumpt wie ein Fahrradreifen, ist fest und luftdicht geworden. Ich umrunde die Stadt München mit Erzählungen wie die Verwandlung, das Urteil oder die Brücke. Ich spaziere durch die malerische Stadt, gehe an den Fluss und habe Kafkas Erzählungen und Tagebücher zur Hand. Noch heute, fast ein halbes Jahrhundert später, besitze ich dieses zerfledderte Exemplar der Tagebücher mit vielen Eselsohren, an dessen Rand ich mir Notizen gemacht habe, mit Bleistift, die Schrift aus der feinen Mine unleserlich, heute weitgehend verblasst. Mein Schreiben basiert auf das Leben in drei Städten. Die drei Städte sind München, Berlin und Istanbul. München die Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Berlin die Stadt, in der das Schreiben zum Beruf wurde für mich. Und Istanbul die Stadt, in die ich immer wieder zurückkehre. Die Stadt meiner frühen Kindheit. Diese frühe Kindheit als Thema zieht sich durch meine ganzen Bücher, im Grunde genommen auch durch meine Romane und Gedichte. Aber es ist natürlich das Leben in den Städten, was ist das genau für den Autor? Der Autor hat auch einen Kreis, mit dem er sich austauscht. Und wenn diese Kreise in unterschiedlichen Sprachen sind, sich verändern, entstehen auch Bücher anders. Und vor allem das Schreiben wird im Grunde genommen durch das Gespräch auch gefestigt. Es ist ja so, dass man irgendwann einmal blind wird zum eigenen Text hin. Und diese Blindheit kann man nur im Gespräch mit anderen überwinden.